Ja, mein Name ist Sascha Rabe und man hört immer von den Banken, ob das jetzt die Postbank ist, die jedes Jahr 50 Filialen schließt, ob das die Commerzbank ist, die über 300 Filialen und damit nahezu alle noch restlichen Filialen schließt, bleiben nur noch die Niederlassungen da, oder ob es die Sparkassen sind oder die Genossenschaftsbanken Sparda West hat die Hälfte der Filialen geschlossen. Immer wird gesagt, das passiert wegen der Digitalisierung. Das muss nicht so sein. Die Deutsche Vermögensberatung investiert viel Geld in die Digitalisierung, um es den Vermögensberatern und Kunden leichter zu machen, miteinander zu kommunizieren. Aber die setzt klar auf die Beratung von Mensch zu Mensch. Und wenn diese Banken kreativ gewesen wären, hätten die das auch gekonnt und hätten keine Mitarbeiter rauswerfen müssen. Wenn du mehr darüber wissen willst, ruf mich an, schreib mich an.